Mein Name ist Robert Matuschewski, ich bin seit 2002 Physiotherapeut, arbeite seit 2008 in eigener Praxis mit meiner Frau Anna zusammen. Hier in meiner Praxis bin ich spezialisiert auf orthopädische Patienten, neurologische Patienten werden auch behandelt. Wir behandeln hier in unserer Praxis sehr viele lokale Sportler. Ich selber habe eine Regionalligamannschaft im Handball auch betreut und sehe die Regeneration der Sportler als wichtige Maßnahme, damit sie für ihren Wettkampf wieder fit werden. Die Firma HAP ist mit der Annulationstherapie auf uns zugekommen und hat uns ein Wochenende mit der Annulationstherapie vorgeschlagen, um den Patienten wirklich diese Möglichkeit der Therapie zu zeigen. Wir haben uns für die Annulation hier in der Praxis entschieden, weil wir im Vorfeld die Möglichkeiten gesehen haben, die die Ganzheitlichkeit unterstützt. Die Zellen werden regeneriert und auch Schmerzen gelindert. Wir haben viele chronische Schmerzpatienten, bei denen die Annulation hilft. Ich konnte feststellen, dass durch die Annulationstherapie die Sportler wirklich besser trainieren konnten, im Anschluss sofort wieder einsatzbereit waren. Die Annulationstherapie kann ich allen empfehlen, die wirklich Beschwerden haben. Es unterstützt die Regeneration. Es hilft den chronischen Patienten bei der Regeneration ihrer Beschwerden. Ich kann meinen Kollegen die Aktion mit HAP nur empfehlen. Sie haben im Vorfeld sehr viele Informationen an unsere Patienten weitergegeben, haben unsere Patienten eingeladen in unserem Namen, haben sich um alles gekümmert. Dem Patienten hat das Wochenende die Annulation näher gebracht. Jeder der da drauf war, hat es als angenehm empfunden und das war sehr schön.